www.penguinaudiobook.com Por favor Bitte Bitte Eres bienvenido Gern geschehen Gern geschehen Si Ja Ja No Nein Nein Bien Gut Gu Malo Schlecht Schlecht Un placer conocerte Schön, dich kennenzulernen Schön, dich kennenzulernen De donde eres? Woher kommst du? Woher kommst du? Que haces? Wie geht's? Wie geht's? Qual es tu numero de telefono? Wie ist deine telefonnummer? Wie ist deine telefonnummer? Muchas gracias Vielen Dank Vielen Dank Lo siento Es tut mir leid Es tut mir leid Eso suena genial Das klingt gut Das klingt gut No entiendo Ich verstehe nicht Ich verstehe nicht Podrías repetir eso por favor Könntest du das bitte wiederholen? Könntest du das bitte wiederholen? Me puedes ayudar? Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Quanto cuesta este? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Como puedo ayudarte? Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Por favor, llámame Bitte ruf mich an Bitte ruf mich an No hay problema Kein Problem Kein Problem Feliz cumpleaños Alles Gute zum Geburtstag Alles Gute zum Geburtstag Ten cuidado Vorsichtig sein Vorsichtig sein No te preocupes Mach dir keine Sorge Mach dir keine Sorge Ayudar Hilfe Hil Como estas? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? No puedo escucharte Ich kann dich nicht hören Ich kann dich nicht hören No me gusta Ich mag es nicht Ich mag es nicht Si necesita mi ayuda, hágamelo saber Wenn Sie meine Hilfe benötigen, lassen Sie es mich wissen Wenn Sie meine Hilfe benötigen, lassen Sie es mich wissen Te amo Ich liebe dich Ich liebe dich Estoy feliz Ich bin froh Ich bin froh Estoy muy ocupado Ahora no tengo tiempo Ich bin sehr beschäftigt Ich habe jetzt keine Zeit Ich bin sehr beschäftigt Ich habe jetzt keine Zeit Creo que es muy bueno Ich denke, es ist sehr gut Ich denke, es ist sehr gut Solo un momento Einen Augenblick Einen Augenblick Por supuesto Natürlich Natürlich Penguin Or earbook Dot com Lección 2 Esto es muy importante Dies ist sehr wichtig Dies ist sehr wichtig Quiero Ich will Ich will No quiero Ich will nicht Ich will nicht Donde? Wo? Wo? Donde está? Wo ist? Wo ist? Donde está el inodoro? Wo ist die toalette? Wo ist die toalette? Quanto cuesta? Wie viel? Wie viel? Quanto cuesta, o, quanto cuesta? Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Reloj, en punto Uhr? Uhr Que hora? Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? A que hora? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Du tienes Sie haben Sie haben Tienes, tienes Haben sie? Haben sie? Entiendo Ich verstehe Ich verstehe No entiendo Ich verstehe nicht Ich verstehe nicht Lo entiendes? Verstehen sie? Verstehen sie? Es Es ist Es ist Lo es? Ist es? Ist es? Donde está la estación de trenes? Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Donde están los baños? Por favor Wo sind die Toiletten? Bitte Wo sind die Toiletten? Bitte A la estación de tren, por favor Zum Bahnhof, bitte Zum Bahnhof, bitte Al aeropuerto, por favor Zum Flughafen, bitte Zum Flughafen, bitte Me gustaría Ich möchte Ich möchte Quisiera un taxi Ich möchte Ein taxi Ich möchte Ein taxi Mi nombre es Anders Qual es tu nombre? Mein Name ist Anders Wie heißen sie? Mein Name ist Anders Wie heißen sie? Mi nombre es Maria Mein Name ist Maria Mein Name ist Maria Tu apellido? Dein Familienname Dein Familienname Qual es tu trabajo? Was machen sie beruflich? Was machen sie beruflich? Soy un fotografo Ich bin ein Fotograf Ich bin ein Fotograf Que estudias? Was studierst du? Was studierst du? Estoy estudiando Inglês Ich studiere Englisch Ich studiere Englisch Donde vive? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Qual es tu nombre? Wie heißen sie? Wie heißen sie? Mi nombre es Anna Petersson Mein Name ist Anna Petersson Mein Name ist Anna Petersson De donde vienes? Woher kommst du? Woher kommst du? Vengo de Uppsala Pero vivo en Estocolmo Ich komme aus Uppsala Aber ich lebe in Stockholm Ich komme aus Uppsala Aber ich lebe in Stockholm Qual es su Profesion? Was machen sie beruflich? Was machen sie beruflich? Soy un conductor de autobus Ich bin Busfahrer Ich bin Busfahrer Wie ist das Wetter? Que te gustaría comer? Was möchten sie essen? Was möchten sie essen? Muchas gracias Danke vielmals Danke vielmals Danke dir Hotel Bellman Buenos dias Hotel Bellman Guten Morgen Hotel Bellman Guten Morgen Buenos dias ¿Tienes una habitación libre? Guten Morgen Haben Sie ein freies Zimmer? Guten Morgen Haben Sie ein freies Zimmer? Para una persona Für eine Person? Für eine Person? Si, para una persona Ja, für eine Person Ja, für eine Person Para hoy? Für heute Für heute? No, para mañana Nein, für morgen Nein, für morgen Por una noche Für eine Nacht Für eine Nacht? No, por seis noches Nein, für sechs Nächte Nein, für sechs Nächte Si, tenemos una habitación vacía Ja, wir haben ein freies Zimmer Ja, wir haben ein freies Zimmer Oh, eso es genial ¿Cuánto cuesta? Oh, das ist toll Wie viel kostet das? Oh, das ist toll Wie viel kostet das? 100 Euro por noche 100 Euro pro Nacht 100 Euro pro Nacht ¿Qué te gustaría comer? Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? Dos especiales Sandwich Por favor Zwei Sandwich Specials Bitte Zwei Sandwich Specials Bitte Y para beber Und zum trinken Und zum trinken Una cerveza rubia grande Y agua Por favor Después de comer Ein großes Lager Und Wasser Bitte Nach dem Essen Ein großes Lager Und Wasser Bitte Nach dem Essen ¿Puedo pagar? Kann ich bezahlen? Kann ich bezahlen? Ciertamente Serán 18 Euros Sicherlich Das sind 18 Euro Sicherlich Das sind 18 Euro Gracias El tren está retrasado Lamentablemente Vielen Dank Der Zug hat leider Verspätung Vielen Dank Der Zug hat leider Verspätung Si Hay un partido de fútbol In Madrid Ja Es ist ein Fußballspiel In Madrid Ja Es ist ein Fußballspiel In Madrid Si Voy allí también ¿Cuando llegará el tren? Ja Da gehe ich auch hin Wann kommt der Zug? Ja Da gehe ich auch hin Wann kommt der Zug? En media hora ¿Cuando comienza el partido? In einer halben Stunde Wann beginnt das Spiel? In einer halben Stunde Wann beginnt das Spiel? Quisiera un boleto para viajar Ich möchte eine Fahrkarte Ich möchte eine Fahrkarte Un boleto para Eine Fahrkarte nach Eine Fahrkarte nach El tren a Madrid Der Zug nach Madrid Der Zug nach Madrid El tren de Madrid Der Zug von Madrid Der Zug von Madrid El tren de Madrid a Paris Der Zug von Madrid nach Paris Der Zug von Madrid nach Paris Primero Erster, Erste, Erstes Erster, Erste, Erste Primera Klasse Erster Klasse Erster Klasse Segunda Klasse Zweiter Klasse Zweiter Klasse Un boleto de ida Eine einfache Fahrkarte Eine einfache Fahrkarte Un billete de ida y vuelta Eine Rückfahrkarte Eine Rückfahrkarte No fumar, no fumar Nichtraucher Nichtraucher Penguin Welcher Platz Welcher Platz Welcher Platz Asiento Número 5 Platz Númer 5 Platz Númer 5 El boleto de reserva de asiento Die Platzkarte Die Platzkarte El horario Der Fahrplan Der Fahrplan El primer tren Der erste Zug Der erste Zug El segundo tren Der zweite Zug Der zweite El próximo tren Der nächste Zug Der nächste Zug El último tren Der letzte Zug Der letzte Zug El dinero Das Geld Das Geld El banco Die Bank Die Bank Dónde está el banco? Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? La oficina de cambio de moneda Die Wechselstube Die Wechselstube Me gustaría cambiar algo de dinero Ich möchte etwas Geld wechseln Ich möchte etwas Geld wechseln Comprar Kaufen Kaufen Me gustaría comprar euros Ich möchte Euro kaufen Ich möchte Euro kaufen El tipo de cambio Der Wechselkurs Der Wechselkurs Qual ist la tasa de cambio? Como es el tipo de cambio? Wie ist der Wechselkurs? Wie ist der Wechselkurs? Quisiera una habitación mejor Ich möchte ein besseres Zimmer Ich möchte ein besseres Zimmer Quisiera una habitación con baño Ich möchte ein Zimmer mit Bad Ich möchte ein Zimmer mit Bad Quanto cuesta? Wie viel kostet es? Wie viel kostet Muy caro Sehr teuer Sehr teuer Sehr teuer Es muy caro Es ist zu teuer Es ist zu teuer ¿Tienes una habitación más barata? Haben Sie ein billigeres Zimmer? Haben Sie ein billigeres Zimmer? ¿Tienes la llave? Haben Sie den Schlüssel? Haben Sie den Schlüssel? Funciona Es funktioniert Es funktioniert No funciona Es funktioniert nicht Es funktioniert nicht La ducha está rota Die Dusche ist kaputt Die Dusche ist kaputt Me gustaría hacer una reservación Me gustaría reservar una habitación Ich möchte ein Zimmer reservieren Ich möchte ein Zimmer reservieren A la derecha Nach rechts Nach rechts A la izquierda Nach links Nach links Gira a la derecha O, ve a la derecha Gehen Sie nach rechts Gehen Sie nach rechts Doblar a la izquierda Gehen Sie nach links Gehen Sie nach links Al frente Geradeaus Geradeaus La esquina Die Ecke Die Ecke A la vuelta de la esquina Um die Ecke Um die Ecke La calle Die Straße Die Straße Lección 5 Al otro lado de la calle Die andere Straßenseite Die andere Straßenseite El final de la calle Das Ende der Straße Das Ende der Straße Hasta el banco Bis zur Bank Bis zur Bank Hasta la esquina Bis zur Ecke Bis zur Hasta el final de la calle Bis zum Ende der Straße Bis zum Ende der Straße Para quantas personas Für wie viele Personen Für wie viele Personen Quisiera una mesa para dos Ich möchte einen Tisch für zwei Ich möchte einen Tisch für zwei Me gustaría esta mesa Ich möchte diesen Tisch Ich möchte diesen Tisch Me gustaría ese de ahí Ich möchte den dort drüben Ich möchte den dort drüben Otra mesa Einen anderen Tisch Einen anderen Tisch Tienes otra mesa Haben Sie einen anderen Tisch? Haben Sie einen anderen Tisch? La Ventana Das Fenster Das Fenster Cerca de la Ventana O Cerca de la Ventana In der Nähe vom Fenster In der Nähe vom Fenster El Menú Por favor Die Speisekarte Bitte Die Speisekarte Bitte La cuenta Por favor Die Rechnung Bitte Die Rechnung Inkluido Inbegriffen Inbegriffen ¿Está incluido el servicio? Ist die Bedienung inbegriffen? Ist die Bedienung inbegriffen? Me gustaría pagar por favor Ich möchte bezahlen Bitte Ich möchte bezahlen Bitte Dos Kaffees por favor Zwei Kaffee Bitte Zwei Kaffee Bitte ¿Te gustaría un postre? Möchten Sie einen Nachtisch? Möchten Sie einen Nachtisch? ¿Cuánto cuesta este? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Quisiera algo más barato Ich möchte etwas billigeres Ich möchte etwas billigeres Me gustaría algo como esto Ich möchte so etwas wie dieses Ich möchte so etwas wie dieses Busco Ich suche Ich suche No asino Nein, nicht so Nein, nicht so Muchas gracias Vielen Dank Vielen Dank De nada Bitte Bitte Este año Dieses Jahr Dieses Jahr El próximo año Nächstes Jahr Nächstes Jahr El año pasado Voriges Jahr, letztes Jahr Voriges Jahr, letztes Jahr In dos días In zwei Tagen In zwei Tagen Dentro de dos días Innerhalb von zwei Tagen Innerhalb von zwei Tagen Hace dos días Vor zwei Tagen Vor zwei Tagen Dos veces Zweimal Zwei mal Tres veces Drei mal Drei mal Una vez más Noch einmal Noch einmal De nuevo Wieder Wieder A tiempo Pünktlich Pünktlich Penguin WinAudiobook.com Lección C Lo tarde que es Wie spät ist es Wie spät ist es Ocho en punto Acht Uhr Acht Uhr Es la una en punto Es ist ein Uhr Es ist ein Uhr Son las ocho en punto Es ist acht Uhr Es ist acht Las ocho y cuarto Viertel nach acht Viertel nach acht Ocho horas y quince minutos Acht Stunden und fünfzehn Minuten Acht Stunden und fünfzehn Minuten Ocho y media, nueve y media Halb neun Halb neun Halb neun Nueve menos cuarto Viertel vor neun Viertel vor neun Ocho horas y cincuenta minutos Acht Uhr fünfzig Acht Uhr fünfzig Diez minutos para las nueve Zehn vor neun Zehn vor neun Ocho de la mañana Acht Uhr morgens Acht Uhr früh Acht Uhr morgens Acht Uhr früh Cuatro de la tarde Vier Uhr nachmittags Vier Uhr nachmittags Ocho de la noche Acht Uhr abends Acht Uhr abends Quien Wer Wer Quien es Wer ist es Wer ist es Que Was 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 Ist es Was Ist es Que Es Esto Que Es Eso Was Ist Das Was Ist Da Que Es Eso De Alla Was Ist Das Dort drüben Wie bitte Wie bitte Que Dijiste Que Estabas Diciendo Was Sagten Sie Was Sagten Sie Cuando Wann Wann Cuando sale El tren Wann Fährt Der Zug Ab Wann Fährt Der Zug Ab Donde Wo Wo Donde Esta El Metro Wo Ist Die U Bahn Wo Ist Die U Bahn Qual Es Welcher Welche Welches Welcher Welche Welches Que Autobus Viaja Hamburgo Welcher Bus Fährt Nach Hamburg Welcher Bus Fährt Nach Hamburg Por Que Warum Warum Por Que No Warum Nicht Warum Nicht Como Wie Wie Como Estas Como Va Wie Gehts Wie Gehts Como Estas Wie Geht Es Ihnen Wie Geht Es Ihnen Quanto Cuesta Wie Viel Wie Viel Quantos Wie Fila Wie Viele Quantos Kilometros Wie Viele Kilometer Wie Viele Kilometer Wie Lejos Wie Weit Wie Weit Wie Wollen Sie Wollen Sie Te Gust Rie Möchten Sie Möchten Sie Penguin Earbook Dot Com Lektion 7 Hablo Alemann Ich spreche Deutsch Ich spreche Deutsch No hablo Español Ich spreche nicht Spanisch Ich spreche nicht Spanisch Hablas Español Sprechen Sie Spanisch? Sprechen Sie Spanisch? Un poco Ein bisschen Ein wenig Ein bisschen Ein wenig De aquí para allá Von hier nach dort Von hier nach dort En la estación de tren Am Bahnhof Am Bahnhof En la plataforma Auf dem Bahnsteig Auf dem Bahnsteig En el tren Im Zug Im Zug Estoy estudiando Estoy aprendiendo Ich lerne Ich lerne Estudio Me estoy especializando en Ich studiere Ich studiere Yo voy Me voy Ich gehe Ich gehe Detener Halt Halt Deténgase aquí Halten Sie hier Halten Sie hier Está bien Das ist in Ordnung Das ist okay Das ist in Ordnung Das ist okay Puedo Soy capaz de Ich kann Ich kann Ich kann Puedo Kann ich Kann Puedo Darf ich Darf ich Puedo tener Kann ich Haben Darf ich Haben Kann ich Haben Darf ich Haben Ser llamado Heißen Mi nombre es Me llaman Ich heiße Ich heiße De que país Aus welchem Land Aus welchem Land De que país vienes Aus welchem Land kommen Sie Aus welchem Land kommen Sie Yo voy Ich komme Ich Soy de Estados Unidos Ich komme aus den Vereinigten Staaten Ich komme aus den Vereinigten Staaten Hay Hay Da Es gibt Es gibt Había Había Estaba dando Es gab Es gab Amo Ich liebe Ich lieb Me gusta Ich mag Ich mag Te gusta Mögen Sie Mögen Sie Disculpe Entschuldigung Bitte Entschuldigung Bitte Perdóname Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Yo tengo Ich habe Ich habe Por supuesto Natürlich Selbstverständlich Natürlich Selbstverständlich Ciertamente Sicher Klar Sicher Klar Tienes un Menú en Inglés? Haben Sie eine englische Speisekarte? Haben Sie eine englische Speisekarte? Vamos Gehen wir Gehen wir Como se dice? Wie sagt man? Wie sagt man? Atención Achtung Achtung Penguin Odeebook Dotcom Lección 8 Por favor repita eso Bitte Wiederholen Sie Das Quiero Ich will Ich will No quiero Ich will Ich will Kein Ich will Nicht Ich will Kein No quiero Ir Ich will Nicht Gehen Ich will Nicht Gehen No quiero Un libro No quiero Ningun Libro Ich will Kein Buch Ich will Ich will Kein Buch Me Gustaria Ich Möchte Ich Möchte No me Gustaria Ich Möchte Nicht Ich Möchte Kein Ich Möchte Nicht Ich Möchte Kein No me Gustaria Viajar Ich Möchte Nicht Reisen Ich Möchte Nicht Reisen No Quisiera Postre Ich Möchte Keinen Nachttisch Ich Möchte Keine Nacht Yo Tengo Ich habe No Tengo O No Tengo Ich Habe Kein Es Es Ist Es 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 Ist Nicht Es Ist Nicht Tu Tienes Sie Haben No Tienes O No Tienes Sie Haben Kein Se Ich Weiß Ich Weiß No Se Ich Weiß Nicht Ich Weiß Nicht Entiendo Ich Verstehe Ich Verstehe No Entiendo Ich Verstehe Nicht Ich Verstehe Nicht Yo Hablo Inglês Ich Spreche Englisch Ich Spreche Englisch No Hablo Español Ich Spreche Nicht Spanisch Ich Spreche Nicht Span Me Gusta Ich Mag Ich Mag No Me Ich Mag Kein Ich Mag Kein Ich Es Gibt Es Gibt No Hay No Hay Es Gibt Kein Es Gibt Kein El Salon De Belleza Der Kosmetik Salon Der Kosmetik Salon El Es Grande Er Ist Groß Er Ist Groß Es Grande Ist Er Groß Ist Er Groß Es Grande Ist Es Groß Ist Es Groß Tienes Un Coche Sie Haben Einen Wagen Sie Haben Einen Wagen Tienes Un Coche Haben Sie Einen Wagen Haben Sie Einen Wagen El Tren Está En La Estación Der Zug Ist Am Bahnhof Der Zug Ist Am Bahnhof Está El Tren En La Estación Ist Der Zug Am Bahnhof Ist Der Zug Am Bahnhof Du Entiendes Sie Verstehen Sie Verstehen Lo Entiendes Verstehen Sie Verstehen Sie Es 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 gibt Penguin Audiobook Dot Com Lexi Está Lejos De Aqui Ist Es Weit Von Hier Ist Es Weit Von Hier Quieres Sie Wollen Sie Wollen Quieres Wollen Sie Wollen Es 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 Lo Es Ist Es Ist Es Que Es Was Es Was Es Hay Una Habitación Con Ducha Es Gibt Ein Zimmer Mit Dusche Es Gibt Ein Zimmer Mit Dusche Hay Una Habitación Con Ducha Gibt Es Ein Zimmer Mit Dusche Gibt Es Ein Zimmer Mit Dusche Debo Tengo Que Ich Muss Ich Muss Debo Comprar Ich Muss Kaufen Ich Muss Kaufen Debo Comprar Un Boleto Para Viajar Ich Muss Eine Fahrkarte Kaufen Ich Muss Eine Fahrkarte Kaufen Yo Deberia Ich Sollte Ich Sollte Quantos Años Tienes Wie Alt Sind Sie Wie Alt Sind Sie Donde Vive Wo Leben Sie Wo Wohnen Sie Wo Leben Sie Wo Wohnen Sie Muéstrame Muéstramelo Zeigen Sie Es Mir Zeigen Sie Es Mir Desacelerar Langsam Langsam Ich Will Gehen Ich Will Gehen Tienes Algo Mas Haben Sie Etwas Anderes Haben Sie Etwas Anderes Lo Contrario De Grande Das Gegenteil Von Groß Das Gegenteil Von Groß No Se La Palabra Ich Kenne Das Wort Nicht Ich Kenne Das Wort Nicht Eso Significa Das Bedeutet Das Bedeutet Significa Bedeutet Das Bedeutet Das Que Significa Eso Was Bedeutet Das Was Bedeutet Das Como Se Lama Eso Como Se Lama Eso Wie Heißt Das Wie Heißt Das Como Se Dice Por Favor En Alemán Wie Sagt Man Please Auf Deutsch Wie Sagt Man Please Auf Deutsch Necesito Ich Brauche Ich Brauche Donde Esta La Maleta De Michael Wo Ist Michels Koffer Wo Ist Michels Koffer Muy Bien Sehr gut Sehr gut Por Supuesto Esta vacío Claro Okay In Ordnung In Ordnung Bueno Ningun Problem In Ordnung Kein Problem In Ordnung Kein Problem Nada Mal Nicht Schleicht Nicht Schleicht No Está Mal Er Er Sie Es Ist Nicht Schleicht Er Sie Es Ist Nicht Schleicht Es Bueno Er Sie Es Ist Gut Er Sie Es Ist Gut Tengo Hambre Ich Habe Hunger Ich Habe Hunger Estoy Sediento Ich Habe Durst Ich Habe Durst Estoy Caliente Mir Ist Heiß Mir Ist Heiß Tengo Frío Mir Ist Kalt Penguin Odeeabook.com Lección Estoy Cansado Ich Bin Mide Ich Bin Hace Buen Tiempo Hace Buen Tiempo Es Ist Schönes Wetter Es Ist Schönes Wetter Hace Frío Es Ist Kalt Es Ist Kalt Está Templado Es Ist Warm Es Genial Es Ist Kühl Es Ist Kühl Está Soleado Es Ist Sonnig Es Sonnig Hace Viento Es Ist Windig Es Ist Windig Disculpe Por favor Cuando sale El próximo Tren a Madrid Entschuldigen Sie Bitte Wann Fährt Der Nächste Zug Nach Madrid Entschuldigen Sie Bitte Wann Fährt Der Nächste Zug Nach Madrid Der Zug Fährt In 10 Minuten Der Zug fährt In 10 Minuten Er fährt um 10 Uhr morgens Er fährt um 10 Uhr morgens Quanto cuesta un boleto? Wie viel kostet eine Fahrkarte? Wie viel kostet eine Fahrkarte? Primera oder Segunda Klasse? Erster oder Zweiter Klasse? Erster oder Zweiter Klasse? Segunda Klasse Por favor Zweiter Klasse Bitte Zweiter Klasse Son 200 Euros Eso hace 200 Euros Das macht 200 Euro Das macht 200 Euro Mañana a las 10 de la mañana O le gustaría un billete para el train a Paris Er möchte eine Fahrkarte für den Zug nach Paris der morgen um 10 Uhr früh abfährt Er möchte eine Fahrkarte für den Zug nach Paris der morgen um 10 Uhr früh abfährt Entschuldigen Sie bitte wo fährt der Bus zum Strand ab? Alli a la izquierda Dort drüben links Dort drüben links Qual? Hay muchos Welcher? Es gibt viele Es el número cinco Es ist die Nummer fünf Muchas gracias Vielen Dank Este autobus va a la playa? Fährt dieser Bus zum Strand? Fährt dieser Bus zum Strand? No El Número Cinco va a la playa Nein Die Númer Fünf fährt zum Strand Nein Die Númer Fünf fährt zum Strand A Que hora sale el último autobus a la playa? Um wie viel Uhr fährt der letzte Bus zum Strand ab? Um wie viel Uhr fährt der letzte Bus zum Strand ab? El último autobus sale a las cinco y veinte Der letzte Bus fährt Der letzte Bus fährt um 17 Uhr 20 ab Entschuldigen Sie Bitte Wo ist die nächste Bank? Entschuldigen Sie Bitte Wo ist die nächste Bank? Que necesitas? Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Me gustaría cambiar algo de dinero Ich möchte etwas Geld wechseln Ich möchte etwas Geld wechseln Da ist eine Bank auf der anderen Seite der Straße rechts Da ist eine Bank auf der anderen Seite der Straße rechts Qual ist der tipo de cambio hoy? Wie steht der Wechsel Kurs heute? Wie steht der Wechsel Kurs heute? Son un Dollar con 22 Centavos el Euro Er ist ein Dollar 22 pro Euro Er ist ein Dollar 22 pro Euro Me gustaría comprar Euros Ich möchte Euro kaufen Ich möchte Euro kaufen Quantos? Wie viele? Wie viele? Me gustaría cambiar 100 Dollar Ich möchte 100 Dollar wechseln Ich möchte 100 Dollar wechseln También me gustaría algunas monedas Por favor Ich möchte auch Kleingeld Bitte Ich möchte auch Kleingeld Bitte Ahí tienes Bitte sehr Bitte sehr Muchas gracias Dankeschön Dankeschön Disculpe, Todavía tiene Habitaciones para alquilar Disculpe, por favor, Todavía tiene Habitaciones libres? Entschuldigen Sie, bitte, haben Sie noch Zimmer frei? Entschuldigen Sie, bitte, haben Sie noch Zimmer frei? Sí, por supuesto Ja, natürlich Ja, natürlich